FC Bayern gegen VfL Wolfsburg. Letzte Saison eine klare Sache. Besonders das 4 zu 0 der Münchnerinnen in Wolfsburg in der Rückrunde tat den Wölfinnen weh. Und das ist bitter für den VfL Wolfsburg. Das ist das 4 zu 0. War das schon die Wachablösung? Schließlich schlugen die Wölfinnen im Pokalfinale zurück und gewannen mit 2 zu 0. Das ist die Frage, oder? Wir sehen. Genau das ist die Frage. Wir werden sehen. Wir haben eine wirklich starke Mannschaft und wir hatten viel Zeit im Sommer zu trainieren. Ich bin gespannt, was wir dieses Jahr erreichen können. In die neue Saison geht das Team von Trainer Alexander Strauß als Favorit. Während die Bayern ihren Kader weitgehend zusammenhielten und punktuell verstärkten, fand in der Autostadt der Ausverkauf statt. Die Stammachse um Topscorerin Eva Pajor, Dominik Jansen und Lena Oberdorf, die nach München abwanderte, ist nicht mehr da. Natürlich wollen wir zeigen, dass mit uns zu rechnen ist und dass alle diejenigen, die uns irgendwie abgeschrieben haben oder die irgendwie sagen, meist am Ende der Saison ist, schon klar. Also da haben wir noch ein Wörtchen mitzureden. Das Duell im Supercup wird das erste Kräftemessen der beiden Schwergewichte vor dem Ligastart in einer Woche. Bayern gegen Wolfsburg ist das absolute Top-Spiel, was wir in der Ausseinsaison kennen. Es geht gegen FC Bayern München, also ich glaube, da braucht keine Spielerin zusätzliche Motivation. Und es könnte einen kleinen Vorgeschmack geben, was uns in dieser Saison erwartet.